Aber was mir aufgefallen ist, mir kommt die Stimme von der Rebellin da, die voll bekannt war. Ihh, man kann die Pilze ablecken. Ob die bitter schmecken? Ja, nicht, dass sie giftig sind. Oh nein. Es sind wohl andere Pilze, meine Liebe. Die solltest du nicht essen. Dieser Stöpsel. Nicht rausziehen, bitte. Sonst entweicht Giftgas. Was? Eine Art Sumpfgas. Eine Mischung aus giftigen Fäulnisgasen und brennbarem Methan. Na sowas. Na sowas. Könnten in den Knochen da Bitterstoffe drin sein? Unwahrscheinlich. Das war ein Miodonto, kein Pflanzenfresser. Oh, das stimmt. Der sieht eher verrückt aus als verbittert. Grabstein. Ist das etwa ein Grabstein? Naja, ja. Ist da jemand im Sumpfersuchen? Und was bedeutet das Zeichen? Sowas wie ewige Liebe, glaube ich. Bären. Bitte diese. Mh, diese Beeren schmecken nicht bitter, sondern ganz doll lecker. Mh, 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 mh. Was machst du da? Nicht einfach irgendwas essen. Könnte giftig sein. Das fragt Noah auch immer. Willst du auch welche? Also. Mund auf. Jetzt wirft sie von der... Oh. Hey, du kannst das supergut werfen, kleine Lady. Mh, mh. Stimmt. Stimmt. Wo war das da? Haben wir, haben wir. Ah, ne. Irgendwann wird die... Horus heißt der. Cool. Durchhalten! Wie kommt man an Bitterstoffe ran? Die sind in Pflanzen drin. Okay, und in welchen? In Bitteren nehme ich an. Ach. Klar. Jetzt kann ich durch die Worldzirn gehen, aber dann bin ich allein. Vielleicht finde ich da drin was Bitteres. Rini, geh lieber nicht zu weit weg, hörst du? Nein, nein. Bleib hier, kleine Lady. Ja, ja. Das ist so süß, wie er sieht da aus. Ja, ja. Wo können wir denn jetzt Spanisch haben, meine Lieben? Sonst wird das hier voll die lange Folge. Oh, das ist ja cool. Hier finde ich bestimmt was Bitteres. Wahrscheinlich ist die übermäßig beleuchtete Pflanze bitter. Honigtauzäcke. Aha. Oh, wer bist du denn? Hallo, wer bist du? Ups, du brauchst doch keine Angst zu haben. Hallo Sum, ich bin Rini. Und du? Ja. Tschüss Sum. Ja. Wenn du Noah siehst, sag ihm, er soll sich keine Sorgen machen. Mir geht's gut. Oh Gott. Ach, eiser Honig. Da verbrennt man sich die Zunge. Echt? Nee, es brennt ja nur. Oh Gott. Oh, es. Das Moos ist vollgesaugt mit Wasser. Hihihi. Wabbelt und schmeckt irgendwie super eklig. Aber kein bisschen bitter. Wabbelt und schmeckt irgendwie super eklig. Das ist natürlich geil. Großer Schädel. Sieht wie ein Fisch aus. Und schmeckt auch so. Sie einfach alles anleckt. Maske? Ah, ist das von einem dieser Sucher? Hey, was ist das? Dass sie es aufsetzen soll. Hallo? Ist da jemand? Komisch. Ah. Ah. Wieso liegen die hier? Bestimmt. Passiert bestimmt irgendwas Böses, wenn ihr sie aufsetzt. Vielleicht ist das eine Pechgrube. Pechgrube? Sieht ja aus wie flüssige Lakritze. Ich glaube nicht, dass es auch schmeckt. Und schmeckt noch viel schlimmer. Noch viel schlimmer. Bären. Noch mehr Bären. Ich finde, die sehen viel bitterer aus als die anderen. Schrecklich super bitter. Die hole ich mir. Aber wie? Ja, ich wollte gerade sagen, es funktioniert nicht so. Ich glaube ich. Ich muss mir nur noch schnell eine Brücke bauen. Endmal. Ich baue mir nur noch mal eben schnelle Brücke. Alles klar. Ich baue mir nur noch mal kurz zurück. Oder irgendwas für eine Brücke finden? Irgendwas passiert jetzt? Wir sehen was mit Brücken. Hallo? Nein, alles noch gut. Ein Danto Mio! Ich habe gedacht, vielleicht kannst du deinen Knochen rausnehmen. Das ist bitter. Aber der Pflanze bestimmt Schnuppe. Oder damit. Der sieht eher verrückt aus als verbittert. Was, wenn ich den Schnuppe doch ausnehme? Oh, oh, oh. Ups. Verdammt! Nicht einatmen, hörst du? Okay. Boah! Stink wie Latriendienst jeden Mittwoch. Latriendienst. Latrine! Wieso stinkt das denn so? Das kommt vom Schwefelwasserstoff, der entsteht, wenn Eiweiß fault. Aha. Das Schipps jetzt vielleicht dahin fallen und ich kann da rüber gehen. Das wäre cool. Ich mache mir das. Ich denke mir immer so viel zu einfachere Sachen. Deswegen denke ich auch nie an so komplizierten Kram. Wie die Leute, die das hier entwickeln. Obwohl es manchmal simpler ist, als ich denke. Und dann, ja. Ich kann immer noch nicht speichern. Wann kann ich den speichern? Als Speicherpunkt Laden steht nicht gespeichert davor. Short game verloren. Ja, aber ich kann ihn nicht speichern. Dead Lake, ab wann kann ich speichern? Ich sehe schon, ich habe die ganze Aufnahme einfach nicht aufgenommen. Würde mich gar nicht wundern. Weil ich es hier gerade zum ersten Mal mache und auch keinen zweiten Bildschirm habe. Den ich mir noch irgendwann anschaffen werde. Aber wahrscheinlich erst nach meiner Ausbildung. Durch die Anerobegehrung bringen. Schulpause, Herr Lehrer. Leck nochmal an den Pilz. Nochmal ein Pilz. Nochmal ein Pilz. Oh, hui. Ah. Was machst du da, Regi? Er nimmt eine Runde Drogen, aber sonst ist alles gut. Sam, wie sieht es nicht so aus? Sam sieht es sowieso nicht, was du machst. Oder sei ehrlich. Ich bin einfach mal ehrlich. Ich suche Bitterstoffe. Ja, stimmt ja. Und jetzt leckte er nochmal an den Pilz. Macht euch Spaß, glaube ich. Wow. Passt du die Pilze an? Nein. Nicht mit den Fingern. Ich schwöre es. Braves Mädchen. Hm. Nein, bitte nicht. Ja. Hui. Alles okay bei dir, Rini? Die ist nur voller Kana auf Droge. Jo, Big Sam. Jo, Big Sam. Geh von den Pilzen weg, okay? Ich fahre auf Droge, die Kleine. Jo, Big Sam. Ein Danto Mio. Okay, ich würde sagen, wir stoppen die Aufnahme einfach hier. Und ich spiele jetzt noch weiter, aber die nächste Folge seht ihr dann erst. Also ich werde das jetzt jeden Donnerstag rausbringen. Genau, jeden Donnerstag kommt jetzt ein Let's Play von Silence. Vielleicht gibt es noch einen Tag dazu, aber dann kommt da ein anderes Let's Play. Lass dich überraschen, was es ist. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich mussich überraschen. Vielen Dank.